Untertitelung der ZDF für funk, 2017 Keine Ahnung, seit der Assauer weg ist, geht er nur noch bergab und der Tenius vermittelt die Werte nicht, für die wir stehen. Ja, weg mit den Tönnissen, aber ich glaube nicht, dass der Fraugelich geht. Ja, wir finden, dass da ein kompletter Neuanfang her muss, um Schalke 04 wieder zu Schalke 04 zu machen, mit seinem sozialen Gewissen, mit seiner Fannähe, mit dem, was Schalke 04 ausmacht.